Musik Ich glaube, die Besucher machen sich gar kein Bild davon, was alles erforderlich ist, um so ein Event umzusetzen. Anderthalb Jahre Planung und jetzt drei Wochen Bauarbeiten sind nötig, damit das jetzt hier umgesetzt werden kann. Zebelin Wendel hat hier im Projekt im Einsatz sechs Geländestapler, zwei Teleskopstapler Rotor. Wir haben fünf Polaris Ranger im Einsatz, wir haben Lichtmaschen im Einsatz und diverses Absperrmaterial für das Event. Musik Ja, die gute alte Müllenbachschleife wurde richtig herausgeputzt für das Event. Als Beispiel mal die Energy Station, da wurden alleine 120 schwere Betonblöcke in den Boden eingelassen. Musik Hauptsächlich mit den Baumaschinen von Zebelin Wendel wurde die Planier erstellt, wird die Energy Station, der Boden wurde verdichtet. Mit den anderen Maschinen, die wir vor Ort sind, allgemeine Logistikarbeiten, komplette Aufbauarbeiten. Musik Mit dem Polaris Ranger werden Kleintransporte, Personaltransporte ausgeführt auf dem Gelände. Und die Lichtmaschen sind dafür da, um die Aufbauzeiten zu verlängern in den Abendstunden. Musik Fast 20 Fahrzeuge sind hier am Start. Highlights sind auf jeden Fall historische Fahrzeuge wie Gerd Berger mit einem Ferrari und natürlich die Red Bull Stars David Coulthard und Sebastian Vettel. Zebelin Rindel bietet hier ein exklusives Erlebnis für Zuschauer aus der Vogelperspektive mit einem Blick über die Müllenbachschleife. Musik Die Fans erwartet eine Menge Action, tolle Fahrer, geniale Autos. Musik Nach langer Planung und langer Vorbereitung freuen wir uns sehr drauf, gemeinsam mit unserem Partner Red Bull hier ein richtig geiles Event erleben zu dürfen. Musik 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 Musik